So, Hallihallo und willkommen zu einer weiteren neuen Folge von GTA 4 Multiplayer mit Zock Commander. Moinsens. Und ja, wir starten direkt los. Heute zwar nur 5 Minuten, weil uns die Zeit leider nicht mehr reicht, aber scheiß drauf. Hauptsache Parts, ne Leute. Genau. Okay. Diesmal, wo hab ich nochmal, ich hab nicht genau hingeguckt, wo ich... Hieß das Shacky oder so? Irgendwas, oder wie das hieß, ich weiß es gar nicht mehr richtig. Shackzat. Da hat er mir die scheiß Waffe weggegeiert. Penner. Ja, ist klar. Alter. Alter, du ballerst auf mich los, ey, ohne Ende, ey. Ballerst, ballerst. Ja, ich dachte, ich hätte ne Chance, aber du hast dich ja so doof wieder umgedreht. Und da hat ich dann verkackt, weil du ne Automatikknarre hattest. Ja, ist klar. What? Komm. Ja, ich hab's geschafft. Er mit seiner MK46 ballert da auf mich, aber ich krieg ihn trotzdem mit der Desert Eagle. Also, ja, das war leicht verdientes Geld. Sehr schön. Haben wir gut hinbekommen. Leichte Beute. Ja, leichte Beute. Ich sag immer, leicht verdientes Geld, auch in Saints Row the Third. Wenn ich sag so, bei Missionen oder so, weißt du? Ja, die Mission ist nicht besonders schwer. Leicht verdientes Geld, also. Was wollen denn die hier? Wer war denn das jetzt? Ich dachte, hä, was ist das? Da war grad so ein Bauer, so ein Schwarzer, ist da rumgelaufen. Aber ich dachte, das ist ja ein Gegner. Da hab ich auf den geballert und da war's gar keiner. Egal. So, ich verschanze mich mal hier oben. Lauf doch mal, Mann. Ey, Dings, schrunken Mippa, ne? Die hat mich einfach mal so gekillt und dann ist sie auch gekillt. Das war ein Drache-Akt. Ja. Sehr schön. So. Ja, was ist jetzt hier, ne? Einer ist oben. Wir sind ein paar Gegner, ich warte auf euch. Ah, da kommt schon einer. Da ging doch grad die Tür auf. War doch nicht. Okay, dann komm ich mal von außen hier. Ah, da unten. Ja, wie konnte eigentlich der schrunken Mippe eigentlich so gut sein? Hab ich ihn geschrotet. Der trifft eh nichts mehr. Ja, aber er, er war ja klar, hat gewartet darauf, mich zu killen. Hat man gemerkt. Wow. Au. Kurs der Serie ist vorbei. Nee, vorüber. Das ist deine Serie. Die. Das schreibt der auch noch. Scheiße, ich muss nachladen. Nein, scheiße. Verkackt. Ich auch gleich. Ja. So, noch zwei Minuten, 40 Sekunden. So. Klar. Die sieht mich einfach mal so. Ja. Nee. So, ich gehe mal über den Zaun. Ja, weil hier gibt es ja anscheinend keine Tür. Ähm. Ah, ich hau. Ich hau mit dem. Boah, Alter. Ich hab ne Idee. Aber wahrscheinlich killt mich auf dem Weg eh wieder jemand. Weil ich mal wieder so gutes, so Pech hab. Wisst ihr Bescheid? Oh Mann, geh da rein. Ja, geh ins Boot. Nein. Nimm doch. Steig ein. Ich fahr jetzt mit dem Boot hier rum. Äh, äh. Äh, äh, lol. Ah, ich kann hier nicht richtig ballern mit dem. Da läuft einer. Ah, da ist jemand ins Wasser gegangen. Da, 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 da. Alter. Ja, die wollen's, die kennen keine Gnade, wissen wir ja bereits. Die nerven auch ziemlich. Also das regt mich nur auf, weil, äh, die hat überlebt. Aber wäre ich das gewesen, dann hätte ich garantiert nicht überlebt. Ein, einmal und down. Ja, ich frag mich wirklich trotzdem manchmal, warum die so viel Blei fressen. Aber es sind halt Hackerl, ne? Ist halt so. Wir haben hier, glaub ich, keine, oder? Ja. Ja, beziehungsweise man weiß es nicht. Ja, ich treff nix. Mein Gott, immer wenn ich eine Waffe, what? Scheiße. Mann. Der, der schrunken Mipper geht ab. Ja, der geht richtig, der rockt die Bude hier, muss ich sagen. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Und da ist jemand? Doch nicht. Ich hab gedacht. Ich hab gedacht. Ach, kacke, die, kann ich nicht aufnehmen? Sparky Tuttle, du regst mich schon auf, ne? Weißt du das? Lauf jetzt, du Bitch, ey. Lol. Da, guck mal. Da, da. Scheiße. Ja, da lebst du. Guck, da lebst du jetzt. Ja, jetzt hat er sich selber in die Luft gegangen. Guck. Guck. Hat geholfen, diesen Gegner zu erledigen, steht da. Genau. Did it. Did it. Did it. Did it. Did it. Sparky. Ja, so. Jetzt, das war's anscheinend schon wieder, leider, meine Freunde. Und, ja, wir freuen uns, äh, wir freuen uns, euch dann wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dir auf dem Nähe. Also, Leute, bis denn. Haut rein. Und, ja, wir freuen uns, euch dann.